Komm gib mir erst nur paar Minuten und ich zeig dir wie man wahre, bis du hilfst dich recht nach seinem Kilo Mach ich dubel, lupen, reine Ware importieren über Hafen, Belgien oder Rotterdam Dann in die Garage parken, los verteilen an die Großhändler Geldsäsche Mach paar Läden auf ein paar Millionen auf Zelle, bist du frech bekommst du eine Respektschelle Oder wir geben, lass dich wieder in Zelle